Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Buch Nummer 6 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieses Buch ist nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Eine perfekte Kombination. Dieses Buch ist nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Eine perfekte Kombination. Bücher sind wie Fenster zu anderen Welten, die man jederzeit öffnen kann. Bücher sind wie Fenster zu anderen Welten, die man jederzeit öffnen kann. Bücher sind wie Fenster zu anderen Welten, die man jederzeit öffnen kann. Das Buch, das ich gestern gekauft habe, hat eine spannende Handlung und überraschende Wendungen. Das Buch, das ich gestern gekauft habe, hat eine spannende Handlung und überraschende Wendungen. Ein gutes Buch zu finden, ist wie einen Schatz zu entdecken, der die Fantasie beflügelt. Ein gutes Buch zu finden, ist wie einen Schatz zu entdecken, der die Fantasie beflügelt. Ein gutes Buch zu finden, ist wie einen Schatz zu entdecken, der die Fantasie beflügelt. Ich liebe es in einem gemütlichen Sessel zu sitzen und mich in ein spannendes Buch zu vertiefen. Ich liebe es in einem gemütlichen Sessel zu sitzen und mich in ein spannendes Buch zu vertiefen. Die Geschichten in diesem Buch sind so lebendig, dass ich das Gefühl habe, selbst dabei zu sein. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.